Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf der Tribüne! Ich eröffne die Sitzung an einem fröhlichen Glück auf und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Die Tagesordnung sind noch offen, die Punkte 15, 16, 21 bis 30, 32 bis 42, 44 bis 54, 56, 58, 60, 66 bis 70, 72, 73 und 76. Sie sehen, wir haben noch einiges zu tun. Noch eingegangen und verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille, Drucksache 19-5448. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Tagesordnungspunkt 78. Wir können das nach Tagesordnungspunkt 66 direkt ohne Aussprache abstimmen. Wenn keiner widerspricht, das hat auch keiner gemacht. Außerdem eingegangen und verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille, Drucksache 19-5449. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Tagesordnungspunkt 79 kann dann ebenfalls nach Tagesordnungspunkt 66, nach der Aktuellen Stunde, ohne Aussprache abgestimmt werden. Wir tagen heute bis 19 Uhr bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Tagesordnungspunkt 68 und 90 werden gemeinsam aufgerufen. Das heißt, Sie haben eine Redezeit von siebeneinhalb Minuten. Entschuldigt fehlen heute ab 14 Uhr der Herr Ministerpräsident Bouffier, die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig entschuldigt ist. Meine Damen und Herren, ich bitte etwas um Aufmerksamkeit, sonst verstehen wir selbst nicht, was wir wollen. Ich stelle fest, dass die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig entschuldigt ist, die Frau Staatsminister Al-Wazir ab 13.30 Uhr, die Frau Staatsministerin Priska Hinz ab 16 Uhr, und die Kollegin Ursula Hammann ist heute ab 10 Uhr entschuldigt. Das halten wir auch fest. Gibt es sonst noch etwas mit Entschuldigungen? Herr Kollege Schaus ist noch entschuldigt. Herr Kollege Ernst Eberhard ist wieder da. Ich freue mich, dass er wieder zu munter ist, dass es ihm besser geht. Meine Damen und Herren, dann könnten wir in die Tagesordnung starten. Bein. ... ...